Das Rathaus 1 in Pfullingen wird zurzeit saniert. Notwendig geworden sind die Maßnahmen, weil in letzter Zeit immer wieder Teile aus dem Verputz zwischen den Fachwerkbalken herausgebrochen waren. Dadurch würden die Holzteile wegen der Feuchtigkeit auf lange Sicht hin Schaden nehmen. In diesem Zug können auch dringend notwendige Streicharbeiten an den Fenstern und Gauben des Rathauses 1 erledigt werden. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein.